1 Kilometer, Duration, 20 Minuten, Pace, 19 Minuten, 45 Sekunden, 168 Kilokalorien. Da bin ich wieder. Und gegen Kreuz fahren. Das ist wirklich klasse hier. Also kann ich euch das nur empfehlen. Urlaub im Winter in die Berge machen. Toll, echt. Das ist wirklich klasse. Und... Wenn ich jetzt so außer Atmen bin, dann ist das nur Rauchen. Von daher hört es Rauchen auf. Aber es ist einfach toll. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe jetzt also, wie ihr hinter mir schwer erkennen könnt, schon einiges hinter mir gelassen. Irgendwo da unten ist die Klinik. So und lass mal ran. Irgendwo da. Ich sehe das schlecht. Wo ist die Klinik? Die Klinik. Wo ist sie denn? Da ist die Klinik. Und den ganzen Weg jetzt hier, bin ich hier hochgeladet. Aber guckt mal, weit und breit. Nichts zu sehen. Kein Häuschen. Kein Garnix. Und da gehe ich jetzt noch weiter hin. Vielleicht schaffe ich es auch, da in den Wald mal reinzugehen. Und da hinten irgendwo, da irgendwo lang. Mal gucken. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich, es ist echt schön. Und ja, ich weiß. Die Jacke macht ja auch gleich wieder zu. Ja, aber mir ist im Moment so warm. Da steht die Bachen auch. Da. Wenn ich jetzt nicht mit Schneebennetz wäre, könnte man ja eine Pause machen. Nichts Pause. Wir sind hart. Also, ich würde sagen, ich zeige euch gleich noch ein bisschen. Im Moment mache ich an dieser Stelle etwas. Ich habe auch wieder eine schwere Wahl. Gehe ich nach links oder rechts? Gehe ich da lang? Oder gehe ich da lang? Wobei, ich denke, ich werde rechts rum gehen. Alles da. Also, bis gleich. Tschüss.